Alles klar. 5-1-Habstieg gewonnen. Wie fällt dein Fazit aus zum Spiel? Die haben es uns nicht einfach gemacht. Es war ein sehr enges Spiel. Im zweiten Drittel haben wir ein bisschen nachgelassen. Im dritten haben wir wieder angezogen. Ich denke auch verdient gewonnen. Aber die haben es uns nicht einfach gemacht. Ihr seid jetzt zum zweiten Mal hintereinander im Finale. Das hat letztes Jahr auch geklappt. Jetzt entscheidet sich morgen, ob Nürnberg oder Zug. Was ist euch lieber? Es werden beide Spiele schwer. Wir werden sehen, was passiert. Wir wollen das Team schlagen, was kommt. Und schauen, dass wir nochmal den Cup holen. Hätte das gegen Nürnberg einen speziellen Charakter? Ihr habt ja zwölfmal insgesamt gegen die gespielt in der letzten Saison. Mit Sicherheit haben wir noch eine Rechnung offen. Aber wir werden sehen, was wirklich passiert. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Dementsprechend stellen wir uns darauf ein. Letzte Frage. Ihr wart viel auf der Strafbank. Wollt ihr das verändern? Definitiv. Das sollte nicht so passieren. Wir haben heute versucht, hart zu spielen. Klar, dadurch sind Sicherheitsstrafen entstanden. Wollen wir abstellen und trotzdem weiter spielen. Alles klar, danke. Danke, danke. Danke.